Diese Woche war sehr erfolgreich. Es waren sehr viele internationale Fotografen hier in Triest. Und wir haben uns sehr gut ausgetauscht und sehr viel Erfahrung gesammelt und voneinander gelernt. Die Höhlen sind unterschiedlich. Hier war es auch sehr sportive Höhlen dabei. In Frankreich waren es mehr eher die einfachen Höhlen. Die Zusammenarbeit, dadurch, dass man sich mehr kennengelernt hat und Leute auch besser lernt, das war ein mehr Austausch vorhanden und man hat auch deutlich mehr voneinander lernen können. Untertitelung des ZDF, 2020